Jede Scheiße, machst irgendwas draus, Alter. Das fuckt mich übel ab, Alter. Darf ich jetzt reden? Ja, mach. Okay. Eine Frage. Wenn ABK sagt... Nein, nein, das kommt gleich, das kommt alles nacheinander, extra, extra. Wenn ABK sagt, du hast Augenbrauen wie Ding, du hast Flügeltaube an meiner Räume, die machst lustig über deine Augenbrauen, die lachen, die sagen Katze, Katze. Nein, aber guck mal. Warte, 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 warte. Guck jetzt, guck jetzt, guck jetzt, guck jetzt, guck jetzt. Ungespielt, zugespielt, sag, Bekir will gefickt werden, macht Videos gegen dich, aber du denkst, es ist immer nicht, weil er eine Million Abos hat oder so, schmeckt, gell, sei ehrlich, schmeckt gut. Nein, eigentlich nicht. Schmeckt geil oder schmeckt gut, jajaja. Und warte, 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 warte. Guck mal, du fuckst mich voll ab mit deiner hässlichen Aboszahl, du riechst mich übel auf, Junge. Was für Aboszahl? Du riechst mich übel auf mit deinen hässlichen Abos, Junge. Du denkst immer mal, ich krieg dir Abos. Du denkst, ich bin Fähiger. Ich denk an Abos. Warte, warte, das sagst du zu mir. Du hast damals zu Yunus Amiri gesagt, meld dich erst bei mir, wenn du 100.000 Abos hast. Du warst die Person, die gesagt hat. Nein, eben nicht, du Schmuck, Alter. Natürlich hat er doch gezeigt. Nein, eben nicht, du Schmuck, Alter. Was lügst du? Was lügst du? Leute, er hat gesagt zu Yunus Amiri damals, meld dich erst bei mir, wenn du 100.000 Abos hast. Hat er zu ihm einmal gesagt. Krass, Digga. Junge, ich hab das... Es laberst du, du Schmuck. Ich hab das auf Chat, Alter. Hör mir mal zu, regt mich jetzt nicht auf, hör mir mal zu jetzt. Ich hab das auf Chat, ich hab das auf Chat, hat sich bei mir gemeldet. Ich hab alles auf Chat, das hat Lijanko gelabert. Bis mit 100.000 Abos. Aber ich hab auf Chat, hör mir jetzt mal zu, Junge, das ist keine Ahnung von dieser Scheiße. Regt mich mal nicht auf, wir reden gerade über was anderes, okay? Regt mich jetzt nicht, du rest mich auf, Alter. So einsch, du bist wie früher, ich schwör. Du bist wie früher mit der Kamera geschrieben. Wie früher, guck, ich hab mich nie geändert. Ja, ist so. Ja, seht ihr, seht ihr, beweis. Ich hab mich nie beendet, keine Abozahl ändert mich, ganz einfach. Ja, trotzdem fuckst du ab, Junge. Aber du hast nicht geändert für Abos, du hast nicht verstellt für Abos. Nein, hab ich nicht verstanden für Abos für eine Scheiße. Was für mich hast du, was war früher, äh, die Sonne scheint, äh, mit deinen komischen Musiklis. Junge, was hat das damit zu tun, was labest du, was für eine Scheiße, Mann? Du hast nicht, du hast nicht, für die Kamera, hast du dich verstellt. Wir reden gerade über was, wir reden gerade über was ganz, ganz anderes, und wenn du mich jetzt weiter so abfachtst, kann man... Ich rede nie wieder mit dir. Inshallah, nein, ich will nicht mit dir reden. Ich leute nicht mit dir reden. Ich werde auch nie wieder mit dir reden, du brauchst nicht zu lutschen in den Kommentaren. Ganz einfach, mach deine Fresse jetzt, man regt mich nicht hoch. Warte mal, das Witzige ist, als ich Biff hatte, mit Firegoten und so, ich hab geguckt, jeder war gegen mich, gell? Ja, aber außer meiner Army und so, wir sind alle loyal geblieben. Und genau, wo du die ganze Zeit die Fresse gehalten hast, auf einmal dann, wo ich Biff habe, kommentierst du wie so eine kleine Ratte in meinen Kommentaren, schnell rein. Ja, alles Biff, alles Biff, alles Biff, lass mich. Du kleiner Bastard, wieso hast du mich die Eier gehabt, als keiner gegen mich schwann? Warum hast du da nicht die Eier gehabt, hä? Du kleiner Bastard, du bist doch recht, Digger. Was war's, warum hast du da nicht die Eier gehabt? Ich hab mir doch aufs Chat geschrieben, du Bastard, Alter. Warum kommst du erst dann, hä? Ja. Was lädst du, du Bastard? Ich hab dir doch auf Chat geschrieben, dass du ein Hund bist, Digger. Ach, was für Chat, du hast einen Kommentaren reingemacht, Junge, du hast einen Kommentaren reingemacht. Du hast die Fresse, was für Wayne, was für Wayne, was für Wayne, was für Wayne, du bist du Amerikaner, geh doch noch mal. Halt deine Fresse, ich hab vor, ich hab gestern in diesem Kuda, äh, vor, vor diesem Kuda in seinem, ähm, in seinem Livestream selber kommentiert, dass ich dich hasse, lange hab ich doch selber geschrieben, reg mich mal nicht so auf, hässlich, Alter. Du kleiner Hundesohn, was, wen, wen hast du, wort mal, wen hast du? Halt deine Fresse, Lahn, halt deine Fresse, Lahn. Hast du mich auf Hurensohn genannt? Ja, hab ich genannt, hab ich genannt. Ich hab auch auf Chat, dass du mich Hurensohn genannt hast, du Bastard, Alter. Du Hurensohn, ganz einfach, du Hurensohn, Alter. Du hast, du hast, ohhaa, Asja, wie habt ihr gehört? Ohhaa, er sagt, ohhaa, Lutsch, 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 Lutsch. Ich steh, ich war meine eigenen Armee, natürlich lutsch, bei meiner Armee, Hats, Lutsch. Warte, sagst du mir Lutsch, du hast mit, 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 Arian Arjeli, du hast mit Arian Arjeli beef gehabt, du hast einfach, du hast einfach, du hast einfach kleine Bastard, Alter. Kleiner Bastard, Alter. Ich hab doch selber auf Chat, dass du mich Hurensohn genannt hast, du Bastard! Warte, aber du darfst das nicht gehört so. Ich hab alles aufgenommen, per Kamera! Du Bastard, Alter! Das Ding ist, das Ding ist, weißt du, was das ist wirklich okay? Ich hab alles auf Kamera laden, dass du mich Hurensohn genannt hast, du Bastard, Alter. Oh mein du, wie schlimm am Ende, wie schlimm, ich heul gleich! Hattest du deine Fresse lang? Ja, dein Heul, was Lutsch lang sogar bei deiner Armee lang? Hör mal zu, hör mal zu! Du dreckiger, schäbiger Hund, Damen, wenn du wegen YouTube klickst. Du schäbiger Hund, Alter. Was für YouTube-Klicks, warte mal, ein YouTube-Klicks, eine Frage, ich hab mich ein Video über dich hochgeladen, ich hab mich ein Video über dich hochgeladen, was aber was du kriegst. Machst du vier Videos, wie du willst dann, du Bastard halt, redest du jetzt nicht auf, Alter.